Ich schreibe auch einfach mal. Achso. Natürlich. GG. Und wo sind wir? Wo sind wir? Ach nein, wir sind ja alle hier. Okay. Na, ich habe vergessen zu fahren. Hi. Er entschuldigt sich schon bei seinem Kumpel. Bei seinem Teamkollegen. Tu was zu. Au. 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 Aber wir leben noch. Ich will das nochmal einsetzen. Aber ich weiß nicht, was das macht. Ich habe das da gerade. Das steht irgendwas mit 3000. Zähler 3000. Okay. Das habe ich vorhin bekommen. Er schießt auf mich, glaube ich. Hm. Möglich. Du stehst da so günstig in aller Positionen dafür. Ich glaube, der schießt auch auf mich. Au. Au. Ich werde geblitzt. Ich glaube, er hat auf uns Beheil geschossen. Ich wurde geblitzt. Ich habe etwas angeebnelt. Ich baue ihn mal ein bisschen höher. Okay. Jetzt hat er eine bessere Position auf seinen Kollegen. Jetzt kann er den da treffen, wenn er will. Genau. So, darf ich jetzt schnell wegfahren? Nein. Weil ich nicht so hoch fahren kann. Was haben wir hier überhaupt noch? Ähm. An dir klebte was. Wir stehen irgendwie ungünstig. Ich habe ihn geglänzt. Ja. Zahnrad. Oh, die finde ich lustig. Ähm. Ähm. Äh. 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 Okay. Das endet nicht gut. Wenn da erstmal so ein Portal-Block auf dich zukommt, ne? So, da habe ich dich. Ich glaube, wir sind so ziemlich tot. Heißt, ich glaube nicht, ich stelle mich. Äh, vor allen Dingen, weil du gerade genau in meinen Zielbereich fährst. Ja, ich wollte gerade sagen, ich fahre. Okay, ich probiere es. Oh Gott. Ich habe jetzt mehr dich getroffen als ihn. Das ist toll. Ich wollte nur eigentlich, ähm, in ihn fahren. Damit ich ihm, wenn ich sterbe, Schaden mache noch. Au. Au. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Er versucht zu pflichten. Äh, wo ist denn der Schuss? Verdammt. Yay. Oh, gut. Ein fliegendes Zahnrad kam mir entgegen. Ich brauche überhaupt noch was aussuchen, oder? Ich habe nur noch 5 LP. Ich meine, jeder Angriff, der mich trifft. Na gut, wenn mich ein Guppi trifft, könnte ich es übernehmen. Es war kein Guppi. Es war kein Guppi. Ach man, warum haben wir denn immer so komische oder gute Gegner? Zu hoch. Soll ich die wieder kicken? Soll ich? Ich versuche gerade, so Englisch zu übersetzen. Das gelingt mir aber nicht gut. Weiß nicht, wir bräuchten eher Gegner, die so zwischen uns liegen. So. Mit der 40er oder so. Ja, soll ich die, die, die kicken? Ich will eine Runde machen, oder? Da stand gerade bei dir selber, du wirst gekickt in 30 Sekunden. Wie weißt. Okay, diesmal versuche ich das irgendwie gut hinzubekommen. Hm, der Winkel könnte sein. Nein, nein, nein! Das war nicht der richtige Winkel. Aber dein Winkel war besser. Auch wenn du kaum getroffen hast, ich glaube nicht. Ja, ich habe ihn perfekt getroffen, aber das Item ist halt weggesprungen. Gott, er will uns fangen. Ich höre was hüpfen. Au. Au, bei dir war eine Fräse und bei ihm der Hüpfer. Jetzt bin ich zweit. Yay! Sehen schaden! Ich bin schaden. Au! au ja ich brenne ich brenne ich habe ihm zwölf schaden gegeben du hast 84 ja und er ist jetzt gefangen ist er sich gleich befreit mit einem wütenden vogel wirft immer auf mich die wütenden vögel nein ich wollte die waffe wechseln ist so ich habe das sollte jetzt ich werfe die fischen ab das sollte jetzt direkt eingehen ja 60 ochmann danke ich habe jetzt sandräder bekommen das ist gerade so göttliche musik so ein total anstrengender anime kampf vorsicht da fliegt was rotes auf dich zu ich habe nichts mehr was ich da so gut reinwerfen könnte das hier vielleicht noch aber sonst ich werfe einen wütenden vogel zum glück hat er bei dir keinen schaden gemacht der wütende vogel wurde direkt vor deinen füßen gelandet ist das sind irgendwelche sonnenblumen nein ich will hier nicht gefangen sein du hast irgendwas tolles bekommen ja mal sehen wo das die glande ist ich hoffe es landet nicht bei dir ich hatte eine sich durchfressende schlange und zahnrein pixel hat verfehlt was soll ich hier noch machen ich habe ihn einmal da hinten getroffen ohne dass ich das wollte und nein er kann sich retten wenn er das ding da oben jetzt trifft und er macht oh gott stehe da die rechte am besten einfach ich habe nichts um zu treffen ich habe dir aus versehen schaden gemacht dachte das ding fliegt in die andere richtung und lässt dann den berg entstehen dieses ding hätte ich nehmen müssen ich muss ihm 40 schaden machen ich bin mir nicht sicher ob ich das kann 41 41 scheiße die andere hat noch die andere hat noch Nein, ein Zahnrad ist rausgeflogen. Ich habe ihn da hinten jetzt getroffen. Ich habe nur auf die Zahnräder geachtet. Oh Gott. Nein. Es sieht kritisch für uns aus, aber noch haben wir eine Chance. Wir kriegen jetzt gleich neue Items und der hier wird hoffentlich tot sein. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, ich treffe ihn. Ich habe einen Berg gebaut. Er hatte geschrieben, hol dir den Zweifachschaden. Habe ich geschrieben, ja. Und dann... Oh. Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das trifft, weil ich nicht weiß, wie weit mein Schuss jetzt fliegt. Er lacht. Ja, er hat irgendwie mich verarscht von dem, was er an Items hat. Okay. Achtung, du hast was gelbes. Oh, das waren Blitze. Das gelbe tut weh. Ich habe nichts, um dir großartig zu helfen, Solar Beach. Und ich habe nichts, um ihm großartig zu treffen. Gerade. Die Items sind nicht so toll, die ich gerade bekommen habe. Okay, soll das mit dem Winkel auch nicht raussehen. Juhu. Er hat nur noch 207. Ja, und ich bin jetzt gleich tot. Nein. Höchstens, dass er jetzt irgendwie... Au. Nein. Tiger. Tja. Nice. Ich habe einen Treffer gemacht mit ihm. Er ist doch gut, warte. Er hat 187. Wow, ich habe 115. Heute ist jetzt gute Waffen, irgendwie, aber... Ich habe keine... Selbst wenn du meine einsammeln würdest, würde es nicht bringen. Ähm. Bleib weg, du Schatten. Au. Das war das schwarze Loch, glaube ich. Maulwurf. Warum fliegt das Ding außerhalb der Map? Ähm. Lass mich... Ich bin weg. Ja. Ja. Aber ich habe... Oh. Acht. Sternen, äh, acht Dinger gerade bekommen. Oh, ich habe eine Waffe aufgelevelt, den Beacon. Das ist ein Leuchtfeuer. Ja. Soll ich die kicken, oder sollen wir nochmal gegen die, oder? Oh, wir haben ihm geholfen, er ist schon Level 70 jetzt. Alles nur dank uns. Können sich mal bedanken. Wie möchtest du? Hm. 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 Also, ich bin da, oder? Also, ich bin da.